Hallo meine Lieben, begleitet Opa Mario auf einem interessanten Weg zu Reichtum, Ansehen und Macht in der Hanse. Fleisch. So, Käse auch mit dem Wind verkauft, was will man mit, was will man mehr? Ja, das ist doch schon mal cool, oder? Wolle brauchen doch bestimmt die Engländer, wenn die Tuch machen, die machen das mehr als Schafwolle, ne? Ja, das muss auch ein bisschen Glück machen hier. So. 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 Das ist gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, du fällst mal nach Köln. Die anderen passen da nicht hin. Die sind zu fett. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Die haben wir jetzt da, okay? So. Steckleine. So, na geht doch, es geht doch, ich mache mir mal mit. Es ist auch noch ein Tor. Wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Ach, du bist ja voll, stimmt ja, du bist ja voll.